Hallo meine Lieben und Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Südafrika ist ein wunderschönes Land. Freundlich, weltoffen, bekannt für seine zahlreichen Nationalparks, traumhaften Strände und Küsten. Aber vor allen Dingen auch bekannt für seine einzigartigen Panoramastraßen. Wer einmal dort war, so heißt es über Südafrika, wird immer wieder kommen wollen. Doch leider hat die Republik auch eine andere Seite. Eine, die sich seit vielen Jahrzehnten nicht in den Griff kriegen lässt. Denn Südafrika hat eine der höchsten Verbrechensraten weltweit und die Anzahl der Tötungsdelikte ist extrem hoch. Was einer Vier-Millionen-Stadt wie Kapstadt zum Beispiel aktuell den achten Platz unter den zehn gefährlichsten Städten weltweit eingebracht hat. Am 9. März 1983 kommt in Pretoria, genauer gesagt in der Provinz Gauteng, etwa 56 Kilometer von Johannesburg entfernt, die junge Frau zur Welt, um die sich heute in meinem Video alles drehen wird. Inge Lotz. Fast auf den Tag genau 22 Jahre später, am 16. März 2005, wird diese junge Studentin tot aufgefunden. Unvorstellbar brutal ermordet in ihrer eigenen Wohnung. Wer ist dafür verantwortlich? Und warum musste Inge sterben? Ich glaube, die meisten Kinder, die geboren werden, sind für ihre Eltern etwas ganz Besonderes. Ein kleines Wunder. Doch für Inge Lotz Eltern war das Wunder wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Denn ihre Mutter Juanita hatte in den vergangenen zehn Jahren versucht, schwanger zu werden, seit sie ihren Ehemann Jan Lotz geheiratet hat. Und nie hatte es geklappt. Und als sie die Hoffnung dann schon fast aufgegeben hatten... Naja, ich glaube, man kann sich vorstellen, wie unglaublich glücklich dieses Paar gewesen ist, als Inge dann im März 1983 gesund zur Welt kam. Und ich glaube, man kann sich ebenfalls gut vorstellen, dass sie ihre Tochter ganz besonders verwöhnt haben. Als gut behütetes Einzelkind wächst Inge nach ihrer Geburt bei ihren Eltern Jan und Juanita Lotz in einem großen Haus in Pretoria auf. Ihr einziges Kind hatte jetzt oberste Priorität im Leben ihrer Eltern. Und dank der finanziellen Möglichkeiten des Paares, Jan Lotz arbeitete als angesehener Radiologe in einer großen Klinik in Pretoria, Juanita ist Physiotherapeutin mit eigener Praxis, konnten sie ihrer Tochter auch alles bieten. Mit neun Jahren spielt Inge bereits mehrere Instrumente, singt später im Kirchenchor und besucht in den kommenden Jahren gemeinsam mit ihren Eltern mehrere Länder in Europa, darunter Spanien, Italien und Frankreich. Inge entwickelt sich von einem aufgeweckten, höflichen und kreativen Kind hin zu einer wundervollen, hilfsbereiten, fleißigen und empathischen jungen Frau, die bereits früh weiß, was sie will. Einige Jahre nach ihrem erfolgreichen Highschool-Abschluss im Jahr 2000, ihren Bachelor in Versicherungsmathematik, hat sie bereits in der Tasche. Da beginnt Inge im September 2004 an der University of Stellenbosch ihr Studium in mathematischer Statistik, wo sie aufgrund ihrer herausragenden Leistungen nicht nur eine Auszeichnung nach der anderen erhält, sondern bald auch unter die besten 20 Studenten der Westküste gewählt wird. Und Inge genießt ihr neues Leben in der 19.000-Einwohner-Stadt Stellenbosch, nachdem sie dort angefangen hat, zu studieren. Die Stadt liegt 50 Kilometer östlich von Kapstadt und Inge fühlt sich dort von Anfang an sehr wohl. Auch wenn der Umzug und das Getrenntsein von ihren Eltern, die sich in der Zwischenzeit ein Haus in Welgemott, ca. 30 Kilometer von Stellenbosch entfernt, gekauft haben, ihr nicht leicht gefallen ist. Seit sie in der Stadt studiert, hat sie sich gut eingelebt. Und das ist jetzt auch nicht weit davon wunderlich, denn die Universitätsstadt in der Provinz Westkap, inmitten eines Naturschutzgebietes, umgeben von Weinbergen, ist mit ihren von Eichen gesäumten Straßen und traditionellen Häusern, den vielen Cafés, kleinen Boutiquen und Kunstgalerien, einfach ein wundervoller Ort. Und gerade bei jungen Menschen, Studenten, aber auch Touristen aus aller Welt, äußerst beliebt. Inge nimmt ihr Studium sehr ernst und besucht ihre Vorlesungen regelmäßig. Doch jeden Morgen, bevor sie zur Uni fährt, telefoniert sie mit ihrer Mutter Juanita. Das hatte sich in den vergangenen Monaten, seit sie zum Studieren in diese neue Stadt gezogen ist, so eingespielt. Eine kleine Mutter-Tochter-Tradition sozusagen. Und auch wenn Inge an den Wochenenden hier und da natürlich gerne etwas mit Freunden unternimmt. Sie ist nicht der große Typ für Partys. Und sie verlässt auch am Abend eigentlich ihr Apartment überhaupt nicht mehr. Wenn es dunkel ist, dann geht sie ungern auf die Straße. Inge ist sehr auf ihre Sicherheit bedacht. Sie weiß, dass auch in einer schönen Universitätsstadt wie Stellenbush es nicht ungefährlich ist, nachts als Frau alleine auf die Straße zu gehen oder überhaupt nachts allein auf die Straße zu gehen. Südafrika hat eine der höchsten Vergewaltigungsraten weltweit. Zwischen April 2005 und September 2006 hat die Polizei von Kapstadt sage und schreibe 75.000 Vergewaltigungsfälle dokumentiert. Das ist Wahnsinn. Und Inge weiß das. Deswegen ist sie auch ganz besonders vorsichtig. Ende 2004 entscheidet sich Inge Lotz darum auch dafür, während der Zeit ihres Studiums im Shiraz wohnen zu wollen. Einer gesicherten Apartmentanlage im Süden von Stellenbush. Die Anlage hat einen guten Ruf. Die Apartment sind sauber, die Anlage gepflegt und um den Komplex herum erhebt sich eine hohe Mauer inklusive elektrischer Umzäunung und einem gesicherten Tor, das nur den Mietern mit der passenden Fernbedienung und Schlüsselkarte Zutritt gewährt. Auch die Fenster der jeweiligen Wohnungen innerhalb des Apartmentkomplexes sind mit Gittern noch einmal zusätzlich verstärkt und gesichert. Alles in allem ein Ort also, an dem man sich als junge, allein lebende Frau sicher fühlen dürfte. Im November 2004, also nur kurz nachdem Inge in ihre Wohnung innerhalb dieses Apartmentkomplexes eingezogen ist, lernt sie dann auch einen jungen Mann namens Fred Wanderweyer kennen. Der Spross einer einflussreichen und äußerst vermögenden Familie hatte gerade erst sein Studium in Stellenbush beendet und seine Arbeit als Manager in einer großen Versicherungsgesellschaft in Kapstadt aufgenommen, als er Inge Lotz zum ersten Mal begegnet ist. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und trafen sich danach immer wieder. Fred, der, wie gesagt, aus einer reichen Kapstädter Familie stammt und zwei ältere Brüder hat, beeindruckt Inge. Auch er hat große Pläne für die Zukunft. Der Managerposten in der renommierten Versicherungsgesellschaft in Kapstadt soll nur der erste Schritt auf der Karriereleiter für ihn sein. Und Fred ist äußerst intelligent, höflich und zuvorkommend. Und ja, genau wie Inge kommt er aus einem sehr christlich geprägten Elternhaus und besucht regelmäßig den Gottesdienst. Man kann sich vorstellen, es dauert nicht lange nach ihrem ersten Treffen und der gut aussehende, charmant auftretende Fred hat Inge Lotz Herz im Sturm erobert. Und sie werden ein Paar. An dieser Stelle müssen wir aber jetzt kurz einmal über diese Beziehung zwischen Inge und Fred sprechen. Denn die gestaltet sich jetzt nicht ganz so, wie man das annehmen könnte bei einem Paar Anfang, Mitte 20. Auch wenn Inge Lotz als Kind gemeinsam mit ihren Eltern regelmäßig den Gottesdienst besucht hat und auch im christlichen Glauben erzogen wurde, so hat ihr Glaube nichts Extremes, nichts Fundamentalistisches. Ganz im Gegensatz zu Fred. Und genau das hat ihre Beziehung von Anfang an auch beeinflusst. Fred ist strikt gegen Sex vor der Ehe und hält sich auch mit sonstigem physischen Kontakt gegenüber Inge stark zurück. Außer ein bisschen Händchen halten hier und da und ein Küsschen auf die Wange spielt sich zwischen den beiden nicht sehr viel ab. Fred hatte wohl auch schon von Anfang an, nachdem er sich einige Male mit Inge getroffen hat und die beiden auch ein Paar wurden, das Ganze offen angesprochen. Er war der Meinung, dass umso näher sie sich kommen, umso eher das Ganze dann weiterführen würde. Und deswegen hat er sich da auch zurückgehalten, weil er das eben nicht wollte, wenn die beiden nicht verheiratet sind. Und auch wenn das Ganze für Inge am Anfang in ihrer Beziehung wohl kein großes Problem dargestellt hat, so ist es natürlich verständlich, dass sie, umso länger sie mit Fred zusammen war, ihm natürlich auch näher kommen wollte. Was nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass man miteinander im Bett landet, aber Fred verweigerte eben auch andere Arten von Zärtlichkeiten gegenüber Inge, was dann zwangsläufig, umso länger sie zusammen waren, zu immer größeren Spannungen geführt hat. Vor allen Dingen deswegen, weil Fred, der ja ohnehin schon von Anfang an alleine über die Dynamik innerhalb der Beziehung bestimmt hat, jetzt mit den Wochen, in denen die beiden zusammen waren, auch immer mehr damit begonnen hat, Inge kontrollieren zu wollen. Es gab zum Beispiel einmal eine Situation, als die beiden in Inges Wohnung waren und sie sich für einen gemeinsamen Nachmittag mit Freunden ein kurzes Kleid angezogen hat. Fred hat sie dann daraufhin angewiesen, sich doch für einen Nachmittag mit Freunden aus der Uni etwas anderes anzuziehen. Denn ein Kleid dieser Art sollte sie doch eigentlich nur tragen, wenn sie mit ihm unterwegs ist. Also so ein Kleid sollte sie nur für ihn tragen und nicht für andere. Daran sieht man schon, dass Fred mit solchen Kleinigkeiten immer mehr damit beginnt, Inge zu manipulieren und auch zu kontrollieren. Mit so Kleinigkeiten fängt es ja meistens an. Wahrscheinlich hatte er auch Angst, dass sie sich jemand anderen zuwenden könnte, weil er eben jegliche Intimität abgeblockt hat. Jedoch führte genau das in Kombination mit seinem kontrollierenden Verhalten, das er immer mehr an den Tag legt, zu täglichen Streitereien und Auseinandersetzungen. Und auch wenn die beiden trotz allem auch in dieser Zeit schon von Hochzeit gesprochen hatten, wie Inge auch gegenüber einigen Freunden erwähnt hat, so war es dann im Februar 2005, als die beiden fünf Monate ein Paar waren, immer öfter so, dass Inge an ihrer Beziehung zu Fred gezweifelt hat. Er auf der einen Seite hatte ihr vorgeworfen, sie würde ihn nicht genug lieben, sie hat ihm aber genau das Gleiche vorgeworfen. Das heißt, es gab jede Menge Streitereien, Vorwürfe, Missverständnisse auch teilweise und Inge hat genau deswegen eben an dieser Beziehung immer mehr gezweifelt und das dann auch ab Februar 2005 gegenüber Freunden hier und da erwähnt. Einige Wochen später. Es ist der 16. März 2005, der letzte Tag in Inge Lotz Leben. An diesem Mittwoch geht sie am frühen Vormittag in einer Pause während einer Vorlesung mit einer guten Freundin von ihr einen Kaffee trinken. Dabei erwähnt Inge einen erneut heftigen Streit zwischen ihr und Fred tags zuvor, der sich dann auch die halbe Nacht hindurch fortgesetzt hat. Die Freundin von Inge hat später erwähnt, dass sie während des Treffens sogar den Satz »Unsere Beziehung ist, glaube ich, nicht mehr zu retten« ausgesprochen hat, ohne dabei allerdings genauer auf den Inhalt der Auseinandersetzung zwischen ihr und Fred in der Nacht zuvor einzugehen. Jedoch war vollkommen klar, dass dieser Streit ganz besonders extrem gewesen ist und dass wohl während dieses Streits auch einige Dinge gesagt wurden, von denen Inge sich nicht sicher war, ob sie überhaupt wieder zu bereinigen sind. Doch zu einer eventuellen Aussprache aufgrund des Streits zwischen ihr und Fred in der vergangenen Nacht sollte es jetzt ohnehin nicht mehr kommen. Denn nur wenige Stunden nach dem Treffen mit ihrer Freundin in der Uni wird Inge Lotz tot sein. Gegen 21 Uhr am selben Abend versucht Fred van der Weyer, der zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung in Kapstadt ist, seine Freundin Inge auf dem Handy zu erreichen. Auch wenn sie tags zuvor einen heftigen Streit hatten, er möchte unbedingt mit ihr sprechen. Doch sie geht nicht an ihr Handy, was sehr ungewöhnlich ist. Denn normalerweise ist sie zu dieser Zeit am Abend immer zu Hause in ihrer Wohnung und hat ihr Handy auch immer unmittelbar in ihrer Nähe. Deswegen geht sie eigentlich auch immer ran, wenn man sie anruft oder reagiert ziemlich schnell auf Nachrichten. Doch sie meldet sich nicht und Fred macht sich immer größere Sorgen. Fred versucht jetzt auch nach 21 Uhr weiterhin Inge auf ihrem Handy zu erreichen, doch sie meldet sich einfach nicht. Sie geht nicht dran und auf die zahlreichen Nachrichten, die er ihr jetzt auch schon hinterlassen hat, antwortet sie auch nicht. Die Sorge, es könnte ja etwas passiert sein, wird immer größer, weswegen Fred um 21.20 Uhr beschließt, Inges Mutter Juanita anzurufen. Er weiß, dass Inge mit ihrer Mutter täglich Kontakt hat und dass die beiden auch ein sehr enges Verhältnis haben. Er hofft also, dass Juanita vielleicht mehr weiß. Um 21.20 Uhr, wie gesagt, erreicht er sie dann. Und Juanita beruhigt Fred. Sie sagt, sie hat am Morgen mit Inge telefoniert, wie immer. Und sie erzählt ihm auch davon, dass sie mit ihrer Tochter am Nachmittag dieses 16. März ebenfalls noch einmal gesprochen hat und dass Inge vollkommen normal klang. Außerdem vermutet Juanita, dass der Grund, warum Inge nicht ans Handy geht, daran liegt, weil sie sich auf eine anstehende Prüfung vorbereiten will. Vielleicht wollte sie in den Abendstunden noch ein wenig lernen und hat ihr Handy einfach auf laut losgestellt. Doch Fred ist jetzt auch nach dem Telefonat mit Inges Mutter sehr unsicher. Er ist in seinem Apartment in Kapstadt, 50 Kilometer entfernt von Inges Wohnung in Stellenbosch und kann jetzt eben nicht einfach mal kurz nachschauen, ob mit ihr alles in Ordnung ist, weswegen er jetzt einen seiner besten Freunde, einen jungen Mann namens Marius Bota anruft und ihm von dieser ganzen Situation erzählt. Und auch Marius versucht jetzt, Fred zu beruhigen. Die beiden Männer kennen sich schon viele Jahre durch ihr Studium. Marius wohnt ganz in der Nähe von Fred in Kapstadt und die beiden plaudern so ein wenig am Telefon. Marius sagt, dass es tausend gute Gründe geben kann, warum Inge jetzt nicht ans Telefon geht. Doch trotzdem lässt Fred sich auch von seinem besten Freund nicht beruhigen und sagt, dass er sich jetzt ins Auto setzen und nach Stellenbosch fahren wird, um persönlich sich davon zu überzeugen, dass es Inge gut geht. Und Marius auf der anderen Seite sagt zu Fred, dass er sich sofort bei ihm melden soll, wenn er in Stellenbosch angekommen ist und ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Dann endet das Telefonat zwischen den beiden Männern und Fred fährt los. Während Fred also jetzt sich auf den Weg ins 40 Minuten entfernte Stellenbosch macht, fällt Marius in der Zwischenzeit ein, dass es ja noch einen viel schnelleren Weg gibt, herauszufinden, ob es Inge wirklich gut geht. Denn ein weiterer Freund der beiden, also sowohl von Marius als auch von Fred, ein junger Mann namens Christo Pretorius lebt in Stellenbosch nur ungefähr 5 Minuten Fußweg von Inges Apartment entfernt. Marius beschließt also jetzt kurzerhand, Christo anzurufen und ihn zu bitten, zu Inge hinüber zu gehen und bei ihr zu klingeln. Und er erreicht Christo auch und dieser erklärt sich dazu bereit, nachzusehen. Doch als Christo jetzt um 22.25 Uhr vor den Toren von Inges Apartmentkomplex am Sirage ankommt, da wird ihm klar, dass es gar nicht so einfach ist, eben mal sich davon zu überzeugen, ob alles mit ihr in Ordnung ist. Denn ich hatte es euch ja vorhin schon gesagt, dieser Apartmentkomplex ist extrem gut abgesichert. Das Tor ist selbstverständlich verschlossen. Mal eben nach dem rechten Schauen ist also jetzt nicht drin für Christo Pretorius. Und als er vergeblich mehrfach vor dem Tor die Klingel zu Inges Apartment drückt, ohne dass ihm aufgemacht wird, überlegt er schon, wieder zurück nach Hause zu gehen, als ihm auffällt, dass innerhalb des Apartmentkomplexes eine Frau auf ihrem Balkon steht und eine Zigarette raucht. Christo ruft der Frau zu. Er erklärt ihr, dass er und auch Freunde von ihm sich sorgen um eine ihrer Nachbarinnen, um Inge Lotz machen würden, die seit Stunden nicht an ihr Handy geht. Und er wäre jetzt hier, um nach ihr zu sehen, doch er hat schon mehrfach geklingelt und sie macht ihm nicht auf. Ja, die Frau und Nachbarin von Inge macht Christo jetzt das Tor auf. Und somit kommt er also auf das Gelände des Apartmentkomplexes und macht sich direkt auf den Weg zur Nummer 21, wo Inge wohnt. Dort angekommen, klopft Christo jetzt direkt an Inges Apartmenttür. Er klopft und klopft immer wieder und wieder, doch sie macht nicht auf. Irgendetwas stimmt hier nicht. Von außen konnte Christo nämlich beim Hinaufgehen schon sehen, dass in Inges Apartmenttür kein Licht brannte. Doch jetzt, als er vor der Tür steht, hört er den Fernseher. Das heißt, dass sie eigentlich zu Hause sein müsste. Warum öffnet sie dann nicht die Tür? Christo Pretorius hat später gesagt, dass er eigentlich nicht davon ausging, dass die Tür zum Apartmenttür offen ist. Doch trotzdem drückt er jetzt die Klinke nach unten. Und er ist überrascht, denn sie ist nicht abgeschlossen. Darum öffnet er die Tür jetzt auch und kommt somit ins Innere der Wohnung. Sein Blick fällt jetzt, nachdem er das Apartment betreten hat, vom Flur aus direkt ins Wohnzimmer, wo tatsächlich der Fernseher läuft, was den Raum ein wenig erhält. Die 22 Jahre alte Inge Lotz liegt in ihrem Wohnzimmer auf ihrer Couch. Wobei man an dieser Stelle sagen muss, dass Christo Pretorius, der jetzt direkt vor dieser Couch steht, zunächst einmal gar nicht erkennen konnte, ob es sich bei ihr wirklich um Inge handelt, da so massiv auf ihren Schädel und ihr Gesicht eingeschlagen worden ist, dass man sie zunächst überhaupt nicht erkennen kann. Die Couch, der Boden und auch Inge selbst sind über und über mit Blut besudelt. Die Fernbedienung des Fernsehs hält sie in ihrer linken Hand und am unteren Teil der Couch zu ihren Füßen liegt ein aufgeschlagenes Fitnessmagazin. Christo steht unter Schock. Er geht rückwärts aus dem Apartment hinaus, läuft den Flur hinunter und ruft laut um Hilfe. Eine der Nachbarinnen, die ihr Apartment auf demselben Gang hatte wie Inge, hört die Schreie von Christo. Sie lässt ihn in ihr Apartment und ruft sofort die Polizei. Und im Anschluss daran wählt Christo dann auch die Nummer seines Freundes Marius. Und dieser wiederum ruft dann Fred an, der immer noch im Auto auf dem Weg ist und der jetzt erfährt, was passiert ist, dass Inge tot ist. Als die Polizei nur wenige Minuten später am Shiraz Apartmentkomplex ankommt, finden sie einen vollkommen aufgelösten und am ganzen Körper zitternden Christo Pretorius vor, der jetzt den Ermittlern zunächst einmal berichtet, wie er Inge gefunden hat und warum er überhaupt nach ihr gesehen hat. Das komplette Apartmentgebäude wird abgesperrt, die Befragung der Nachbarn beginnt noch in der Nacht und die nähere Umgebung rund um dem Komplex wird mit Spürhunden abgesucht, während die ersten Polizisten in der Wohnung damit beginnen, Spuren zu sichern. Inge Lotz wurde mit einem schweren Gegenstand, vermutlich mit einem Hammer, der Schädel eingeschlagen. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre sie mehrfach auf den Kopf getroffen worden. Darüber hinaus hat sie aber auch Stichwunden im Brust- und Nackenbereich, was darauf schließen lässt, dass der Täter mit einem Hammer und einem Messer auf sie losgegangen sein muss. Im Badezimmer finden die Polizisten Blut im Waschbecken, was darauf hindeutet, dass der Täter sich dort nach dem Angriff auf Inge die Hände gewaschen hat. Außerdem liegt ein Handtuch auf dem Boden des Badezimmers, an dem man ebenfalls Blut findet. Es sieht so aus, als hätte sich der Täter damit nach dem Waschen die Hände abgetrocknet und dann das Handtuch beim Hinausgehen auf den Boden geworfen. Das ist aber noch nicht alles. Auf dem Boden direkt neben dem Handtuch finden die Polizisten einen blutigen Abdruck. Wenig später steht fest, es handelt sich dabei wohl um den Teil eines Schuhabdrucks. In der Küche fehlt eines der großen Messer aus dem Messerblock von Inge. Wahrscheinlich das Messer, mit dem auf sie eingestochen wurde. Und in den frühen Morgenstunden, nachdem das Apartment komplett auf den Kopf gestellt und alle Spuren gesichert worden sind, ist klar, dass auch die Fernbedienung, mit der sich das Sicherheitstor draußen öffnen lässt, nicht mehr aufzufinden ist. Ansonsten fehlt aber nichts. Inges Geldbeutel, in dem auch noch Geld ist, liegt in der Küche auf der Arbeitsfläche. Genauso auch ihr Schlüssel zu ihrem VW Golf. Und auch ansonsten wurde das Apartment nicht durchwühlt. Schmuck und andere Wertgegenstände sind noch da. Für die Ermittler steht schnell fest, Inge Lotz muss ihren Mörder gekannt haben. Nicht nur, weil es an der Apartmenttür keine Einbruchsspuren gegeben hat, sondern weil Inge offensichtlich völlig entspannt auf ihrer Couch im Wohnzimmer lag, als sie angegriffen wurde. Als man sie fand, trägt sie ein kurzärmeliges Oberteil und ihre Schlafanzughose und Hausschuhe. Außerdem findet man auf dem Couchtisch, direkt vor der Couch, eine DVD-Hülle, die geöffnet ist. Die DVD, die Frauen von Stepford, befand sich beim Eintreffen der Polizei im DVD-Player. Es sieht also danach aus, als hätte es sich Inge Lotz in ihrem Schlafanzug mit einer Zeitschrift und einer DVD im Player gerade richtig gemütlich gemacht, als sie brutal attackiert wurde. Und das kann, so zumindest die Einschätzung der Polizei, kein Fremder gewesen sein. Denn niemand macht es sich gemütlich auf seiner Couch bequem, während irgendjemand in die Wohnung eindringt oder irgendein Fremder in der Wohnung ist. Vor allen Dingen Inge nicht. Später hat man dann auch erfahren, dass sie niemals in ihrem Schlafanzug auf der Couch gesessen wäre, um diese Uhrzeit, wenn sie noch gewusst hat, dass irgendjemand Fremder zu ihr in die Wohnung kommt. Also es ist relativ als sicher anzusehen, dass sie ihren Mörder nicht nur freiwillig in die Wohnung hereingelassen hat, sondern dass sie ihn eben auch kannte. Bei der Autopsie am nächsten Tag kann festgestellt werden, dass Inge Lotz, wie zuvor schon vermutet, durch mehrere Schläge mit einem schweren Gegenstand auf ihren Schädel zu Tode gekommen ist. Daran ist sie gestorben. Zusätzlich allerdings stellt die Gerichtsmedizinerin 47 Stichverletzungen an Inges Körper fest. Zum großen Teil sind diese Stichverletzungen im Nacken, einige davon aber auch an ihrer Brust. Das Messer, mit dem diese Stichverletzungen vermutlich zugeführt worden sind, ist nicht auffindbar, genauso auch wie der schwere Gegenstand, der ihre Kopfverletzungen verursacht hat. Allerdings hat die Polizei festgestellt, dass ein Messer aus dem Messerblock in Inges Küche gefehlt hat. Es ist davon auszugehen, dass ihr die Stichverletzungen mit diesem Messer zugefügt worden sind. Doch wie gesagt, weder das Messer wurde im Apartment oder auch auf dem Gelände des Apartmentkomplexes gefunden, noch vermutlich der Hammer, mit dem sie die Schläge auf den Kopf bekommen hat. Den Todeszeitpunkt legt die Gerichtsmedizinerin zwischen 16 und 18 Uhr am Nachmittag des 16. März 2005 fest. Als Jan und Juanita Lotz erfahren, dass ihr einziges Kind in ihrem eigenen Apartment auf diese Art und Weise umgebracht wurde und sie jetzt die Information von der Polizei erhalten, dass sie davon ausgehen, dass Inge darüber hinaus ihren Mörder auch noch gekannt haben muss, dann kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie unheimlich schmerzhaft das für ihre Eltern gewesen ist. Sie hatten ein so enges Verhältnis zu ihrer Tochter und Juanita hatte ja wenige Stunden zuvor noch mit ihrer Tochter gesprochen. Doch gerade jetzt, in den Stunden nach der Tat, ist es für die Polizei von immenser Bedeutung, gerade mit den Menschen zu sprechen, die Inge am nächsten standen. Und das sind in allererster Linie ihre Eltern. Und deswegen erklären sich Jan und Juanita jetzt auch bereit, sofort mit den zuständigen Ermittlern zu sprechen. Am allerwichtigsten ist herauszufinden, was Inge in den Tagen vor ihrem Tod, speziell aber natürlich auch direkt am 16. März getan hat. Mit wem hatte sie Kontakt? Mit wem hat sie gesprochen? Ist ihrer Mutter Juanita bei den beiden Telefonaten an diesem 16. März an ihrer Tochter vielleicht doch irgendetwas aufgefallen? Oder auch in den Tagen zuvor? Jede Kleinigkeit ist wichtig. Und tatsächlich, bereits im ersten Gespräch mit Jan und Juanita haben ihre Eltern den Polizisten etwas Wichtiges zu berichten. Denn nur fünf Tage vor Inges Tod, am 11. März 2005, war sie bei ihren Eltern zu Besuch. Und dort ist ihrer Mutter etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Es war ein sehr heißer Tag und normalerweise hat Inge gerne Kleider getragen oder auch kurzärmlige Oberteile. Und an diesem Tag kam sie mit einem Pullover zu ihren Eltern. Und Juanita ist aufgefallen, dass als Inge etwas gegessen hat, sie die Ärmel ihres Pullovers etwas nach oben geschoben hat. Dabei hätte sie blaue Flecken an den Armen ihrer Tochter gesehen. Juanita hat Inge dann wohl auch darauf angesprochen, was es damit auf sich hat. Doch Inge hat abgeblockt und hat dann die Ärmel ihres Pullis schnell wieder nach vorne gezogen. Also Juanita hatte den Eindruck, dass ihre Tochter a. nicht wollte, dass ihre Mutter das überhaupt sieht. Und b. dass sie jetzt auf jeden Fall nicht darüber sprechen wollte. Aber auch ihrem Vater Jan ist etwas aufgefallen. Denn ursprünglich war geplant, dass Inge nicht alleine ihre Eltern besucht, sondern dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Fred zu Besuch kommt und dass die beiden dann auch dort übernachten. Doch Inge kam allein. Als ihr Vater sie darauf angesprochen hat, wo Fred ist, hat Inge gesagt, dass sie ihn nicht dabei haben wollte. Dass sie alleine zu ihren Eltern kommen wollte, um sie zu besuchen. Und das Mysteriöse daran war, dass nur eine Stunde später auf einmal Fred doch bei Inges Eltern aufgetaucht ist. Entgegen ihres ausdrücklichen Wunsches, ihn nicht dabei haben zu wollen und alleine zu ihren Eltern fahren zu wollen, ist er auf einmal doch aufgetaucht. Und Jan und Juanita beschreiben jetzt gegenüber den Ermittlern, dass es ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen den beiden war, das sie bemerkt haben. Also die ganze Familie hat dann an diesem 11. März noch zusammen zu Abend gegessen. Und es war einfach eine sehr angespannte Situation, die man einfach gespürt hat. Irgendetwas hat zwischen den beiden nicht gestimmt. Ja, trotzdem haben die beiden dann die Nacht gemeinsam bei Inges Eltern verbracht und sind dann am folgenden Tag, also am 12. März auch gemeinsam wieder gefahren. Jedoch ist es natürlich eine sehr auffällige Kombination zwischen diesen blauen Flecken, über die Inge nicht sprechen wollte, und der Tatsache, dass das Verhältnis zwischen ihr und Fred, nennen wir es mal freundlich ausgedrückt, abgekühlt war. Die Polizei kann jetzt weiterhin mit Hilfe von Inges Eltern, als aber auch mit Hilfe von anderen Zeugen herausfinden, dass Fred Vanderweyer die Nacht von 15. auf 16. in Inges Apartment verbracht hat. Und wir erinnern uns zurück, genau an diesem Abend und in der Nacht soll es ja zu einem heftigen Streit zwischen den beiden gekommen sein, was Inge auch am 16. am Tag ihres Todes am Vormittag gegenüber ihrer Freundin in der Uni erwähnt hat, als die beiden gemeinsam Kaffee getrunken haben. Die angespannte Stimmung, die also bereits fünf Tage vor ihrem Tod im Haus ihrer Eltern wahrgenommen werden konnte, war also offenbar auch am Tag ihres Todes immer noch so. Und es gab auch einen neuen Streit zwischen den beiden. Bei weiteren Befragungen kommt aber jetzt auch heraus, worum es eigentlich bei diesem heftigen Streit zwischen Inge und Fred genau ging. Offensichtlich war es so, dass das eine zum anderen geführt hat und sich die Situation immer mehr aufgestaut hat. Am Ende soll es wohl so gewesen sein, dass Fred Inge vorgeworfen hat, sie würde ihn nicht genug lieben und dass umgekehrt Inge der Meinung war, es sei genau andersherum. Also genau das wieder, was Inge zuvor schon mal gegenüber Freunden erwähnt hat. Sie haben sich gegenseitig praktisch denselben Vorwurf an den Kopf geworfen, der in dieser Nacht dann völlig eskaliert ist. Allerdings in den frühen Morgenstunden war es dann wohl so, dass Fred und Inge sich wieder zusammengerauft haben. Und Fred Inge dann den Vorschlag gemacht hat, doch einmal ihre ganzen Gefühle gegenüber ihm aufzuschreiben. Da sie, wenn sie miteinander reden, im Moment nur noch streiten und sich gegenseitig Vorwürfe machen, wäre es doch eine gute Idee, wenn sie einfach einmal aufschreiben, was sie fühlen und ihre Gedanken einfach zu Papier bringen. Und Inge hat das wohl für eine gute Idee gehalten. Sie hat sich vorgenommen, am Vormittag dieses 16. März all ihre Gedanken und Emotionen und Gefühle gegenüber Fred und alles, was ihr so zu ihrer Beziehung einfällt, aufzuschreiben und ihm diesen Brief dann zu übergeben. Und nachdem die beiden diese Entscheidung getroffen haben, hat Fred dann auch am Morgen des 16. das Apartment von Inge verlassen und sie ist dann noch ein wenig zu Hause geblieben und ist anschließend dann zur Uni gefahren, wo sie dann auch wenig später mit ihrer Freundin beim Kaffeetrinken dieses Gespräch hatte und von dem Streit erzählt hat. Weiterhin kommt jetzt heraus, dass Inge wohl am Morgen des 16., bevor sie überhaupt zur Uni gefahren ist, bereits angefangen hat, diesen Brief an Fred zu schreiben. Und nachdem sie dann mit ihrer Freundin Kaffee getrunken hat, hat sie die Uni verlassen und ist nach Kapstadt gefahren. 50 Kilometer zum Versicherungsgebäude, in dem Fred gearbeitet hat. Dort hat sie sich dann mit ihm getroffen und hat ihm direkt gleich den Brief übergeben. Und Fred, der jetzt natürlich auch von der Polizei befragt wird, erzählt das alles und sagt, dass das der Moment war, an dem er Inge zuletzt gesehen hat vor ihrem Tod, als sie am Vormittag des 16. nach Kapstadt gefahren ist, um ihm den Brief zu geben. Zu diesem Zeitpunkt soll die Stimmung zwischen den beiden wieder besser gewesen sein, was auch SMS belegen, die sie sich, nachdem Inge den Brief übergeben hat, auch im Laufe des Tages noch geschrieben haben. Also ich konnte diese SMS bei meiner Recherche nicht direkt nachlesen. Es gibt keine Fotografien sozusagen von diesen Nachrichten, die da geschrieben worden sind. Jedenfalls habe ich sie nicht gefunden. Aber Tatsache ist, dass die Nachrichten eher positiv waren. Also es war jetzt nichts, was irgendwie darauf hindeuten könnte, dass der Streit, der nachts begonnen hat, dann irgendwie sich in diesen Nachrichten nochmal wiedergespiegelt hat. Es war also eher positiv, was die beiden miteinander dann geschrieben haben. Aber Tatsache ist, Fred Van der Weyer sagt der Polizei, dass er Inge zuletzt gesehen hat, als sie ihm den Brief gab. Und dann ist sie wieder zurück nach Stellenbosch gefahren und er wiederum ist dann weiterhin an seinem Arbeitsplatz in seinem Büro gewesen. Und zwar den ganzen restlichen Tag bis 18 Uhr. Nachdem die Polizei diese ganzen Informationen jetzt erst einmal erhalten hat, ist es aber natürlich am allerwichtigsten herauszufinden, was Inge eigentlich den Rest des Nachmittags getan hat. Also nachdem sie von Kapstadt wieder zurück nach Hause, nach Stellenbosch gefahren ist. Und es kann sehr schnell ermittelt werden, dass Inge gegen 13.30 Uhr wieder an ihrem Apartmentkomplex angekommen ist. Da hatte sie nämlich einen Termin mit zwei Hausmeistern des Siraj, die zuständig sind für Reparaturen innerhalb der Wohnungen. Denn bei Inges Einzug einige Monate zuvor gingen zwei Fliesen auf ihrem Balkonzubruch. Offensichtlich hatte sie versucht, ihre Couch durch den Balkon hinauf in ihre Wohnung zu bringen, da die Couch zu groß war, sie im Treppenhaus nach oben zu tragen. Bei dem Versuch, die Couch also durch den Balkon ins Wohnzimmer hinein zu hieven, es sind mehrere Fliesen auf diesem Balkon zu Bruch gegangen. Sie hatte den Schaden auch direkt gleich gemeldet, doch es hat jetzt, wie gesagt, sehr lange gedauert, bis jetzt diese beiden Hausmeister dann tatsächlich kamen, um die Fliesen zu reparieren. Um 13.30 Uhr trifft Inge also genau mit diesen beiden Männern vor ihrem Apartment zusammen und sie geht mit ihnen in ihre Wohnung hinauf und die beiden beginnen dann gegen 14 Uhr mit der Reparatur der Fliesen. In dieser Zeit ist Inge in ihrem Apartment und sie telefoniert in dieser Zeit auch mit ihrer Mutter Juanita. Ich hatte euch ja vorher schon gesagt, dass die beiden Frauen an diesem Tag wie üblich morgens miteinander gesprochen haben. Aber jetzt, nachdem Inge eben zu Hause ist und auch zu Hause bleiben muss, während die Fliesen repariert werden, ruft sie ihre Mutter erneut an. Und die beiden Frauen sprechen eine ganze Zeit lang miteinander. Juanita hat bei der Polizei ausgesagt, dass Inge ihr davon berichtet hat, dass diese beiden Hausmeister gerade da sind. Und Juanita hat dann auch gesagt, dass sie mitbekommen hat, wie diese beiden Männer das Apartment ihrer Tochter wieder verlassen haben. Denn Inge hätte sich verabschiedet und die Tür hinter den beiden zugemacht. Also sie hat gehört, wie Inge die Tür geschlossen hat und auch wie sie den Schlüssel zweimal umgedreht hat. Inge hat ihr Apartment immer von innen abgeschlossen, wenn sie alleine zu Hause war. Und genauso war es jetzt eben auch, nachdem die Hausmeister mit ihrer Arbeit fertig waren. Aber was passiert jetzt, nachdem das Telefonat zwischen Inge und Juanita geendet hat und die Hausmeister das Apartment verlassen haben? Inge war wohl für kurze Zeit jetzt erst einmal alleine in ihrer Wohnung. Doch gegen 15 Uhr hat sie dann die Wohnung verlassen. Denn kurze Zeit später gibt es eine Videoaufnahme von ihr. In einem Supermarkt ganz in der Nähe wird sie um kurz nach 15 Uhr von einer Videokamera bei Steers aufgezeichnet, wo sie sich einen Hamburger kauft. Und anschließend gibt es noch eine Aufnahme von einem weiteren Laden in derselben Straße, wo sie sich eine DVD ausgeliehen hat. Wir erinnern uns zurück, später hat die Polizei in Inges Apartment eine geöffnete DVD-Hülle auf ihrem Couchtisch gefunden und die DVD selbst war noch im Player. Und es kann jetzt ermittelt werden, dass Inge an diesem Nachmittag sich genau diese DVD in diesem Laden ausgeliehen hat. Nachdem sie sich also in der Stadt ihren Hamburger gekauft und sich die DVD in dem Laden ausgeliehen hat, ist Inge Lotz höchstwahrscheinlich direkt wieder zurück in ihr Apartment gefahren. Denn nach 16 Uhr gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Und wir erinnern uns zurück, die Gerichtsmedizin hatte ja ihren wahrscheinlichen Todeszeitpunkt zwischen 16 und 18 Uhr festgestellt. Das heißt, dass sobald sie zurück in ihrer Wohnung war, irgendwann ihr Mörder gekommen sein muss. Ja, wer ist also jetzt der Hauptverdächtige für die Polizei, nachdem sie die letzten Schritte von Inge am Tag ihres Todes rekonstruieren konnten? Es ist Fred van der Weyer. Die beiden waren seit fünf Monaten zusammen und hatten offensichtlich gerade in den letzten Wochen immer schwerwiegendere Probleme und Stritten miteinander. Abgesehen davon hat Inge nie jemand Fremden in ihre Wohnung hineingelassen und hat auch niemanden den Zutritt zu diesem Apartmentkomplex gewährt, den sie nicht kannte. Fred van der Weyer allerdings natürlich sehr wohl, denn er war natürlich oft bei ihr zu Hause. Der Brief, den sie ihm nur wenige Stunden vor ihrem Tod übergeben hat, ist für die Ermittler natürlich jetzt ganz besonders interessant. Denn vielleicht stand in diesem Brief ja irgendetwas, das Fred wütend gemacht hat. Vielleicht hat sie ihm in diesem Brief auch nahegelegt, dass sie sich vielleicht mal grundsätzlich Gedanken machen sollten, ob sie überhaupt zusammenpassen. Vielleicht stand in diesem Brief irgendetwas, das Fred dazu veranlasst hat, zu Inge zu fahren und mit ihr zu reden. Und das Ganze ist dann im Laufe dieses Nachmittags eskaliert und er hat die Tag begangen. Aber ich hatte es euch ja vorher bereits gesagt, Fred hatte bereits in seiner ersten Vernehmung durch die Polizei gesagt, dass er Inge zum letzten Mal am Vormittag des 16. März gesehen hat, als sie zu ihm nach Kapstadt kamen. Danach hatte er zwar noch SMS-Kontakt mit ihr, allerdings hat er sie nicht mehr gesehen. Und als er sie dann nicht erreichen konnte, hat er eben am Abend beschlossen, ihre Mutter anzurufen und daraufhin dann selbst nach Stellenbusch zu fahren, um nach ihr zu sehen. Mit ihrer Ermordung hätte er nichts zu tun. Er hätte sie über alles geliebt und hat eine Zukunft mit ihr geplant. Niemals hätte er ihr etwas antun können. Darüber hinaus bestätigen Freds Arbeitskollegen, dass er an diesem 16. März den ganzen Tag im Büro gewesen ist. Sie hätten ihn dort ab 10.30 Uhr am Vormittag gesehen und auch die Überwachungskamera am Eingang des Bürokomplexes hat Fred aufgezeichnet, als er in die Arbeit kam. Und dieselbe Kamera hat ihn auch aufgezeichnet, als er um 18 Uhr das Bürogebäude wieder verlassen und sich auf den Weg nach Hause in seine Wohnung nach Kapstadt gemacht hat, wo er dann ja auch später Inge angerufen hat. Seine Telefondaten zeigen, dass der Anruf um 21 Uhr bei Inge tatsächlich von seiner Wohnung in Kapstadt aus gemacht wurde. Und die ganzen Nachrichten, die er ihr geschrieben hat, kamen ebenfalls direkt aus seiner Wohnung. Wie kann es also sein, dass Fred Inge zwischen 16 und 18 Uhr in Stellenbüsch 50 Kilometer entfernt umgebracht haben soll, wenn er nachweislich, inklusive Kameraüberwachung, den ganzen Tag in seinem Büro in Kapstadt war? Weil die Ermittler zu diesem Zeitpunkt genau diese Frage nicht beantworten können, bleibt Fred Wanderweyer zwar trotzdem verdächtig, allerdings auch auf freiem Fuß, denn er hat ein Alibi für die Tatzeit. Zwei Wochen nach dem Mord an Inge Lotz ändert sich dann aber sowieso auf einmal alles. Denn es gibt plötzlich einen neuen Tatverdächtigen. Der 17 Jahre alte Werner Carlos meldet sich nämlich bei den Ermittlern. Gemeinsam mit seiner Mutter kommt er zum Polizeirevier und möchte ein Geständnis ablegen. Werner behauptet, dass er, Zitat, dabei war, als Inge in ihrem Apartment gestorben ist. Er habe an diesem Tag verschiedene Drogen genommen und könne sich jetzt nicht mehr ganz genau an den Ablauf erinnern. Jedoch sei er sich sicher, dass er dabei gewesen ist, als sie starb. Es gibt immer wieder Menschen, die gestehen, ein Verbrechen begangen zu haben, obwohl sie in Wahrheit überhaupt nichts damit zu tun haben. Sowas kommt immer wieder vor. Und auch wenn es für die leitenden Ermittler im ersten Moment so aussieht, als würde Werner Carlos nur auf Aufmerksamkeit aus sein, denn der Tod von Inge Lotz hat in den letzten zwei Wochen landesweit Schlagzeilen gemacht, so ist es doch erstaunlich, dass Werner Details weiß, die der Öffentlichkeit bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zur Verfügung gestellt worden sind. Zum Beispiel sagt er während seines Geständnisses gegenüber der Polizei aus, dass Inge auf ihrer Couch lag, als sie gestorben ist. Und dieses Detail, dass man sie auf ihrer Couch fand, wurde eben nicht an die Medien bekannt gegeben. Die Frage stellt sich also, woher dieser 17 Jahre alte Werner Carlos das jetzt weiß, wenn es nicht wirklich so war, dass er selbst für die Tat verantwortlich ist oder zumindest im Apartment war, als Inge getötet wurde. Nach dieser Aussage von Werner verhört die Polizei ihn mehrere Stunden, über mehrere Tage hinweg immer wieder. Sie wollen mehr Details wissen. Doch Werner kann ihnen keine Details geben. Ganz im Gegenteil, er verstrickt sich immer mehr in Widersprüche. Zuerst sagt er, er hätte die Tat selbst begangen. Dann sagt er, er hätte sie nicht selbst begangen, wüsste aber, wer es war. Nämlich ein Bekannter von ihm namens Jacko. Dann widerruft er diese Aussage kurze Zeit später und sagt, Jacko würde es gar nicht geben. Als die Polizei ihn dann fragt, wann die Tat genau stattgefunden hat, nennt Werner den Samstag nach Inges Ermordung. Inge wurde an einem Mittwoch getötet, nicht an einem Samstag. Er verwechselt also sowohl Tag als auch das Datum. Als die Ermittler ihn bitten, ihn innerhalb des Apartmentkomplexes zu Inges Wohnung zu führen, findet er den Weg nicht. Er sagt, dass er gar nicht weiß, wo ihr Apartment ist. Und auf einmal will er dann doch wieder nichts damit zu tun gehabt haben. Im nächsten Moment gesteht er aber wieder, es selbst gewesen zu sein. Auch wenn man nur darüber spekulieren kann, woher Werner Carlos wusste, dass Inge Lotz auf ihrer Couch in ihrer Wohnung umgebracht worden ist. So muss man am Ende festhalten, dass es keinerlei Indizien, geschweige denn irgendwelche Beweise dafür gab, dass er am 16. März in irgendeiner Art und Weise an dieser Tat beteiligt gewesen ist. Die Polizei ist davon überzeugt, dass er das einfach nur erfunden hat, um Aufmerksamkeit zu erregen. Warum auch immer. Wie gesagt, es gibt immer wieder Menschen, die, wenn gerade ein Fall so in der Öffentlichkeit bekannt ist und jeder darüber spricht, etwas gestehen, was sie überhaupt nicht getan haben. Und wenn es Werner Carlos wirklich um Aufmerksamkeit ging, dann hat er sie erreicht. Zumindest für einige Tage war sein Bild überall in allen Zeitungen. Doch er wurde von der Polizei dann schnell als Verdächtiger ausgeschlossen, weil er eben überhaupt keine weiteren Details zu der Tat liefern konnte und weil es eben auch überhaupt keine Beweise gab, dass er was damit zu tun hat. Genau aus diesem Grund wenden sich die Ermittler jetzt auch wieder Fred Wanderweyer zu, der trotz seines Alibis nach wie vor als Verdächtiger keineswegs ausgeschlossen ist. Es wird immer klarer, wie manipulativ und auch besitzergreifend er gerade in den Wochen vor Inges Tod gegenüber ihr gewesen ist. Und es ist auch ganz und gar nicht ausgeschlossen, dass die verbalen Streitereien irgendwann in Handgreiflichkeiten übergegangen sind, wenn man Inges blaue Flecken bedenkt, die ihre Mutter nur fünf Tage vor ihrem Tod an den Unterarmen ihrer Tochter festgestellt hat. Fred wird also jetzt ein weiteres Mal vorgeladen und intensiv befragt. Und bei dieser Befragung bitten die Ermittler, ihn jetzt den Brief herauszugeben, den Inge ihm geschrieben und an ihrem Todestag übergeben hat. Doch Fred weigert sich mit der Begründung, dieser Brief sei privat und intim und deswegen nicht für die Augen der Ermittler bestimmt. Was alleine schon etwas fragwürdig ist, denn immerhin ist seine Freundin umgebracht worden in ihrer eigenen Wohnung und man sollte doch glauben, dass ihr Freund, der sie angeblich über alles geliebt hat, alles dafür tut, sich selbst als Verdächtigen auszuschließen, sodass die Polizei den wahren Täter so schnell wie möglich ermitteln kann. Doch wie gesagt, Fred weigert sich, den Brief vorzuzeigen. Doch offensichtlich wurde ihm dann einige Tage später klar, dass, wenn er diesen Brief nicht herausgibt, er sich doch umso verdächtiger macht, weswegen er dann auch mit einem Schriftstück bei der Polizei auftaucht, von dem er behauptet, dass es sich dabei um den Brief von Inge gehandelt hat. Allerdings kommen daran sehr schnell Zweifel auf, denn dieser Brief ist nur eine halbe Seite lang und der Inhalt dieses Textes, der nachweislich von Inge auch geschrieben worden ist, wie später ein Schriftsachverständiger feststellt, spiegelt überhaupt nicht den Kontext wider, den er eigentlich widerspiegeln sollte. Wie gesagt, es ging bei dieser Briefeschreiberei darum, dass Inge ihre aktuellen Gefühle bezüglich ihrer Beziehung mit Fred aufschreibt. Doch in dieser kleinen Notiz, die er jetzt den Ermittlern übergibt, steht davon eigentlich überhaupt nichts. Es ist ein Brief, den Inge geschrieben hat, es wirkt allerdings so, als wäre es ein etwas älterer Brief, den sie vor Wochen oder sogar vor Monaten an Fred geschrieben hat. Die beiden hatten das wohl öfter, dass sie sich eher schriftlich miteinander ausgetauscht haben. Das war eben so eine Sache. Sie haben sich ab und zu kleine Notizen oder Ähnliches hinterlassen. Und in diesem Brief stehen einfach nur belanglose Dinge. Also es hatte wohl überhaupt nichts damit zu tun mit der aktuellen Situation und deswegen glauben die Ermittler Fred auch nicht, dass dieser Brief der ist, um den es jetzt eigentlich gehen soll. Es sieht also ganz danach aus, als hätte Fred den Ermittlern einen alten Brief von Inge übergeben. Was ihn allerdings noch weiter zusätzlich verdächtig macht, ist die Auswertung der Spuren aus ihrem Apartment, die jetzt vorliegen. Auf der DVD-Hülle, die man auf ihrem Couchtisch gefunden hat, können Fingerabdrücke gesichert werden. Unter anderem die von Inge selbst, aber auch die von Fred. Wie kann es sein, dass seine Fingerabdrücke auf einer DVD-Hülle sind, die Inge sich erst ausgeliehen hat, Stunden nachdem er sie zum letzten Mal gesehen haben will? Die Abdrücke können nur dort hingekommen sein, wenn Fred in Inges Wohnung war, nachdem sie sich diese DVD ausgeliehen hat. Also nach 15 Uhr am Tag ihres Todes. Und damit ist auch seine Aussage, er hätte sie zuletzt am Vormittag gesehen, dahin, denn wie sollen seine Fingerabdrücke dann auf diese DVD-Hülle gekommen sein? Daraufhin bekommen die Ermittler jetzt drei Wochen nach Inges Tod einen Durchsuchungsbefehl für Freds Wohnung in Kapstadt. Dort finden sie ein paar Sportschuhe, die ganz offensichtlich vor kurzem erst sauber gemacht worden sind. Der blutige Teilabdruck, den man in Inges Badezimmer auf dem Fußboden fand, passt zu den Abdrücken genau dieser Turnschuhe in Freds Wohnung. Darüber hinaus finden die Ermittler in seinem Auto auf dem Rücksitz einen Hammer. Wir erinnern uns zurück, die Gerichtsmedizin ging bei der Autopsie davon aus, dass es höchstwahrscheinlich auch ein Hammer war, mit dem Inge mehrfach auf den Kopf geschlagen wurde. Die Fingerabdrücke auf der DVD-Hülle. Der blutige Abdruck, der offenbar mit seinen Schuhen im Badezimmer hinterlassen wurde und jetzt auch noch der Hammer im Auto. Doch wenn Inge Lotz zwischen 16 und 18 Uhr ermordet wurde und Fred den ganzen Tag in seinem Büro war und dieses nachweislich erst um 18 Uhr verlassen hat, wie und wann soll er dann die Tat begangen haben? Die Ermittler entschließen sich jetzt daraufhin dazu, noch einmal alle Mitarbeiter der Versicherungsgesellschaft, bei der Fred gearbeitet hat, also seine Kollegen, erneut zu befragen. Und bei dieser erneuten Befragung stellt sich heraus, dass es keinen einzigen Zeugen gibt, dass sich kein Kollege ausfindig machen lässt, der Fred in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr in diesem Gebäude gesehen hat. Das sind zwei Stunden. Doch wenn Fred tatsächlich in diesen zwei Stunden seinen Arbeitsplatz verlassen hat, warum hat ihn dann die Überwachungskamera am Eingang nicht aufgezeichnet und ihn erst wieder aufgenommen, als er um 18 Uhr dann tatsächlich nach Hause fuhr? Auch darauf bekommen die Ermittler schnell eine Antwort. Denn von Freds Büro, das sich in diesem Gebäude im zweiten Stock befindet, gibt es einen Aufzug nach unten in die Tiefgarage. Dort gibt es wiederum einen Ausgang, der nach draußen auf den Parkplatz führt, der nicht von Kameras überwacht ist. Das heißt, es wäre für Fred möglich gewesen, von seinem Büro aus in die Tiefgarage hinunterzufahren und dort dann durch den Ausgang hinaus auf den Parkplatz zu seinem Auto zu kommen. Er hätte also seine Arbeitsstelle verlassen können, ohne dass er von irgendeiner Kamera aufgezeichnet worden ist. Ein fast perfektes Alibi, kann man sagen. Denn weiterhin lässt sich jetzt feststellen, dass genau in diesen zwei Stunden keinerlei Aktivitäten in Freds Büro stattgefunden haben. Er hat nicht wie sonst den ganzen Tag in dieser Zeit an seinem Computer gearbeitet und er hat in dieser Zeit auch keine Telefonate entgegengenommen. Es sieht also wirklich so aus, als wäre er einfach nicht da gewesen. Und abgesehen davon sprechen eben auch die Auswertungen der Spuren und auch das, was man in seiner Wohnung fand, eine deutliche Sprache. Inzwischen sind drei Monate vergangen, seit Inge Lotz in ihrer Wohnung umgebracht wurde. Da bietet Fred, der sich inzwischen einen der besten Strafverteidiger des Landes an die Seite geholt hat, auf einmal doch seine Kooperation an. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass er diese nicht freiwillig angeboten hat, sondern dass ihm sein Top-Anwalt dazu geraten hat, mit den Ermittlern zu kooperieren. Wahrscheinlich auch aufgrund seines wackelnden Alibis und der Spuren, die man in seiner Wohnung fand. Und Fred taucht mit seinem Anwalt auf dem Polizeirevier auf und bietet an, einen Lügendetektortest machen zu wollen, um seine Unschuld zu beweisen. Er macht den Test und er besteht ihn auch. Doch trotz dieses bestandenen Lügendetektortests sind sich die Ermittler sicher, dass Fred der Täter ist. Sie haben inzwischen so viele Indizien und Beweise gegen ihn gesammelt, dass sie ihn weitere drei Wochen später wegen Mordes an Inge Lotz anklagen. Im Februar 2007 steht Fred Wanderweyer dann auch vor Gericht. Was niemand zu diesem Zeitpunkt ahnt, es sollte einer der längsten, aufwendigsten und teuersten Gerichtsprozesse in der Geschichte Südafrikas werden. Freds Familie hat sehr viel Geld und sie geben auch sehr viel davon für weitere Spitzenanwälte aus, die ihn in den kommenden neun Monaten vor Gericht verteidigen werden. Für die Staatsanwaltschaft jedoch ist bei Prozessbeginn die Sache vollkommen klar. Inge wollte sich von Fred trennen. Der Gedanke an eine mögliche Trennung war bereits in ihrem Kopf. Sie hatte das auch gegenüber Freunden in den Tagen vor ihrem Tod hier und da erwähnt. Die Beziehung an sich war auch schon seit längerer Zeit nicht mehr in Ordnung und Streitereien kamen jetzt immer öfter vor. So zum Beispiel eben auch am Tag, bevor sie ermordet worden ist. Seine Fingerabdrücke fanden sich auf der DVD-Hülle, die auf ihrem Couchtisch gefunden wurde und darüber hinaus passen die Abdrücke seiner Sportschuhe zu dem Teilabdruck, der in Inges Badezimmer hinterlassen wurde. Mal vom Hammer, der in seinem Auto gelegen hat, ganz abgesehen. Doch auch wenn die einen oder anderen von euch jetzt vielleicht den Schuldspruch für Fred van der Weyer schon aus der Ferne hören können, so ist in einem Prozess jetzt auch erst einmal noch die Verteidigung am Zug. Und die hat es wirklich in sich. Die Verteidigung hat in Vorbereitung auf diesen Prozess nämlich den weltberühmten amerikanischen Fingerabdruckexperten Dr. Pat Wertheim engagiert, der jetzt als Zeuge vor Gericht aussagt. Dr. Wertheim sagt im Zeugenstand, dass die beiden Fingerabdrücke, die angeblich von Fred auf der DVD-Hülle in Inges Wohnung gefunden worden sind, nicht dort hinterlassen worden sein können, da die Abdrücke eine geschwungene Linie an der Ober- und Unterseite hinterlassen haben. Wären die Abdrücke von der Polizei vor Ort wirklich von der Oberfläche der DVD-Hülle abgenommen worden, gäbe es diese geschwungenen Linien nicht, weil eine DVD-Hülle eine glatte und gerade Oberfläche hat. Das ist jetzt ein wenig schwierig zu erklären, ich versuche es trotzdem. Wenn man von einer glatten Oberfläche einen Fingerabdruck abnimmt, dann hat dieser Fingerabdruck aufgrund dessen, dass er von einer glatten Oberfläche abgenommen wurde, bestimmte Merkmale. Genauso ist es auch, wenn ein Fingerabdruck zum Beispiel von einem Glas oder von einer Tasse abgenommen wird, die ja rund ist, so wie diese Tasse hier. Deswegen kann man Fingerabdrücke auch in der Auswertung unterscheiden, ob sie auf einer glatten oder von einer runden Oberfläche abgenommen worden sind. Dr. Wörtheims Aussage in diesem Prozess ist es, dass er glaubt, dass die Fingerabdrücke von Fred, von der Polizei, in dieser Wohnung nicht von der DVD-Hülle abgenommen worden sind, sondern von einem Glas oder von einer Tasse, weil sie diese Merkmale aufweisen. Fred Wanderweier hat während seiner Beziehung mit Inge natürlich viel Zeit in ihrem Apartment verbracht. Und als die Polizei Inge fand, hat man natürlich überall im Haus Fingerabdrücke abgenommen, unter anderem auch auf einigen Tassen und Gläsern, die dort herumstanden. Und auf einem dieser Gläser, das zumindest ist jetzt eben die Argumentation der Verteidigung und auch die Argumentation ihres Fingerabdruckexperten, wurde ein Fingerabdruck bzw. zwei Fingerabdrücke von Fred gefunden, die von der Polizei sichergestellt worden sind. Und im Anschluss daran hätte man dann behauptet, diese Fingerabdrücke stammten von der DVD-Hülle, obwohl das nicht der Fall war. Mit anderen Worten bezichtigt die Verteidigung der Staatsanwaltschaft der Lüge bzw. eben der Polizei, die vor Ort waren und diese Spuren gesichert haben. Ein forensisches Labor in Pretoria, das im Auftrag der Verteidigung diese Fingerabdrücke ebenfalls noch einmal unter die Lupe genommen hat, bestätigt das zum Teil. Auch sie zweifeln daran, dass die gesicherten Abdrücke von der DVD-Hülle stammen können. Jetzt könnte man natürlich anstelle der Staatsanwaltschaft sagen, alles kein Problem, wir holen diese DVD-Hülle einfach nochmal, nehmen die Fingerabdrücke erneut ab und bestätigen hier vor alle Augen, dass sich Freds Fingerabdrücke auf dieser DVD-Hülle befunden haben, was darauf schließen lässt, dass er in ihrem Apartment war, nachdem sie sie sich ausgeliehen hat. Und damit werden doch alle Probleme erst einmal gelöst. Doch das ist nicht möglich, weil, und ich muss wirklich sagen, ich dachte, ich hätte schon alles gehört, was Gerichtsprozesse angeht. Es ist deswegen nicht möglich, weil die Polizei, nachdem sie auf dieser DVD-Hülle die Fingerabdrücke angeblich gesichert hat, diese mitsamt der DVD wieder zurückgegeben haben an den Laden, in dem Inge sie einige Stunden vor ihrem Tod ausgeliehen hat. Also mit anderen Worten, man hat ein Beweismittel in einem Mordfall mit den Fingerabdrücken des potenziellen Hauptverdächtigen einfach mal wieder an den DVD-Ausleihladen zurückgegeben, weil man wahrscheinlich dachte, naja, die wird man nicht mehr brauchen. Normalerweise muss so etwas ins Archiv gegeben werden, weil man nie weiß, was im späteren Verlauf so eines Falles noch alles passieren wird. Das sind Beweismittel, die gesichert werden müssen. Wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, man möchte schreien und weinen, wenn man das hört. Doch abgesehen von dieser, ja, man kann es nicht anders als ganz, ganz großen ersten Katastrophe für die Staatsanwaltschaft bezeichnen, ist die Verteidigung ja noch längst nicht am Ende. Weiter geht es nämlich mit Werner Carlos. Dieser hatte, wir erinnern uns zurück, nur zwei Wochen nach Inges Tod gestanden, in ihrem Apartment gewesen zu sein. Er hat zwar zugegeben, an diesem Tag Drogen genommen zu haben und sich nicht sicher zu sein, was genau passiert ist, jedoch hat er eben an einem Punkt in seiner Aussage sogar den Mord an ihr gestanden. Die Verteidigung argumentiert jetzt im Prozess, dass die leitenden Ermittler Werner Carlos viel zu schnell von der Stange gelassen haben. Schließlich hätte er auch Dinge gewusst, wie zum Beispiel, dass Inge auf ihrer Couch umgebracht wurde, die er gar nicht hätte wissen können. Warum hat man ihn also so schnell wieder gehen und als Verdächtigen ausgeschlossen? Man hätte da viel mehr und viel intensiver ermitteln müssen, anstatt sich auf Fred einzuschießen, wenn man ja eigentlich einen geständigen oder zumindest zum Teil geständigen Verdächtigen hat. Doch mal abgesehen von Werner Carlos, ist der ja jetzt während des Prozesses für die Verteidigung noch nicht einmal der einzig Verdächtige, der laut ihrer Meinung von der Polizei nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Nein, es gab wohl auch in den Tagen vor Inges Tod mehrere Arbeiter, die innerhalb dieses Apartmentkomplexes Arbeiten an einem Gebäude durchgeführt haben, das noch nicht ganz fertiggestellt gewesen ist. Dieser Apartmentkomplex wurde erst ein Jahr zuvor gebaut und an einem der Gebäude waren eben die Arbeiten noch nicht ganz abgeschlossen. Und auch am Tattag selbst, also am 16. März 2005, waren 20 Arbeiter in einem dieser Gebäude mit Umbauarbeiten beschäftigt. Keiner dieser Männer wurde wohl nach der Tat von der Polizei befragt. Und als die Ermittler einige Zeit später dann versucht haben, diese Leute ausfindig zu machen, kam heraus, dass sich dabei wohl um illegale Einwanderer gehandelt hat, die für die Bauarbeiten angeworben worden sind. Die Firma, die diese Leute beschäftigt hat, wurde allerdings genau wegen dieser Machenschaften bereits geschlossen und die Arbeiter waren auch schon wieder außer Landes und konnten von den Ermittlern nicht mehr ausfindig gemacht, geschweige denn befragt werden. Das Argument der Verteidigung also logischerweise, einer dieser Arbeiter könnte ebenfalls die Tat begangen haben und ist jetzt nicht mehr auffindbar, verschwunden, wurde nicht befragt zum Zeitpunkt, als es nötig gewesen wäre und kann freilich jetzt auch nicht mehr befragt werden. Weiterhin nimmt die Verteidigung jetzt das Argument der Staatsanwaltschaft auseinander, dass Fred ja in den zwei Stunden, in der er in seiner Arbeit von niemand gesehen worden ist, die Tat hätte begehen können. Die Fahrt von seinem Büro in Kapstadt zum Apartment von Inge Lotz nach Stellenbosch dauert 40 Minuten. Wenn man dieselbe Zeit jetzt noch einmal für den Rückweg rechnet, dann wären ihm für die eigentliche Tat circa nur 30 Minuten geblieben. In den Augen der Verteidigung war das einfach nicht genug Zeit für Fred, ins Apartment zu kommen, die Tat zu begehen und sich anschließend dann im Badezimmer auch noch komplett zu waschen und dann wieder zurückzufahren. Darüber hinaus führt die Verteidigung an, dass es Zeugen gibt und diese wurden dann wohl auch in diesem Prozess in den Zeugenstand gerufen, die Fred, nachdem die Tat schon stattgefunden haben muss, in seiner Arbeit, als aber auch nach 18 Uhr, nachdem er seinen Arbeitsplatz verlassen hat, noch gesehen und mit ihm gesprochen haben. Und Fred hat sich vollkommen normal verhalten, also keinerlei Anzeichen von Nervosität oder Ähnliches. Der Fall bricht allerdings für die Staatsanwaltschaft vollkommen in sich zusammen, als der Experte in den Zeugenstand gerufen wird, der den Teilabdruck des Schuhs im Badezimmer von Inge mit den Schuhen, die in Freds Apartment gefunden worden sind, verglichen hat. Wir erinnern uns zurück, dieser hatte sich festgelegt, dass der Abdruck Freds Schuhen zugeordnet werden kann. Und ganz ehrlich, wenn man sich das Bild auch noch einmal ansieht, kann man ja sogar als Laie erkennen, dass das Muster sehr ähnlich ist. Doch genau dieser Experte zieht jetzt vor Gericht seine Einschätzung von damals in Zweifel und sagt, dass er nicht sicher sagen könne, dass der Abdruck im Badezimmer tatsächlich von Freds Schuhen dort hinterlassen worden ist. Ja, er ist sich noch nicht einmal sicher, ob es sich bei den Blutspuren auf dem Badezimmerboden tatsächlich um einen Teil eines Schuhabdrucks handelt oder ob es sich dabei nicht um irgendwelche anderen Blutspuren handeln könnte, die irgendwie anders auf den Boden des Badezimmers gekommen sein können. Der letzte Nagel im Sarg der Staatsanwaltschaft, wenn man es überhaupt in diesem Zusammenhang so ausdrücken möchte, ist allerdings dann der Hammer, der, wir erinnern uns zurück, in Freds Wagen gefunden worden ist und von dem die Ermittler ausgingen, dass er die Tatwaffe darstellt. Das Messer wurde nie gefunden, aber man hat den Hammer. Doch, wie gesagt, es ist der letzte Nagel im Sarg der Staatsanwaltschaft, denn auf diesem Hammer konnte nicht der Hauch einer Blutspur gefunden werden und auch sonst keine Spuren, wie zum Beispiel Haare oder Hautzellen oder sonst irgendetwas, was dafür sprechen könnte, dass dieser Hammer die Tatwaffe war. Abgesehen davon passt auch der Hammer nicht zu den Spuren an Inges Schädel. Es konnte nicht zweifelsfrei bestätigt werden, dass dieser Hammer diese Schläge auf ihrem Kopf verursacht hat. Man hat also nicht nur keine Spuren gefunden auf dem Hammer, sondern es konnte noch nicht einmal zweifelsfrei bestätigt werden, dass er überhaupt die Tatwaffe war. So oder so. Im November 2007, neun Monate nach Prozessbeginn, wird Fred van der Weyer in allen Anklagepunkten freigesprochen. Der zuständige Richter hat später dann gesagt, dass er in seiner gesamten Laufbahn noch keinen Prozess erlebt hat, in dem die Staatsanwaltschaft so inkompetent gearbeitet hat und zu Werke ging. Genauso auch wie die Polizei im Vorfeld. Inges Eltern Jan und Juanita Lotz sind nach diesem Freispruch fassungslos und am Boden zerstört. Denn sie sind sich sicher, dass Fred der Täter gewesen ist. Deswegen streben sie auch nach dem Ende dieses Prozesses einen Zivilprozess gegen Fred an. Im Mai 2009 allerdings lassen sie die Klage fallen und verzichten auf den Prozess. Stattdessen versuchen sie, die Polizei dazu zu bringen, die Ermittlungen noch einmal ganz neu aufzurollen und andere Experten hinzuzuziehen, die sowohl die Fingerabdrücke auf der DVD-Hülle als auch den Teilschuhabdruck im Badezimmer noch einmal neu bewerten und auch alles andere noch einmal ganz neu aufrollen. Und trotz einer Petition mit mehreren tausend Unterschriften scheitern sie. Am Ende muss man sagen, der Fall ist ungelöst und man weiß nicht, wer Inge umgebracht hat und warum. In den Jahren nach Inges Tod und Freds Freispruch kamen dann immer wieder Gerüchte auf, dass bei diesem gesamten Fall vor allem aber während und vor dem Prozess Bestechung und Korruption eine Rolle gespielt haben könnte und dass Freds Familie alles dafür getan hätte und ihnen auch jedes Mittel Recht gewesen sein soll, ihren Sohn freizubekommen. Ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, dass es sich dabei nur um Gerüchte gehandelt hat. Es gab nicht einen einzigen Beweis dafür, dass Fred oder irgendein anderes Mitglied seiner Familie Zeugen der Staatsanwaltschaft beeinflusst oder gar bestochen oder Beweismittel manipuliert hat. Vielmehr muss man am Ende leider sagen, dass sowohl die Staatsanwaltschaft auf der einen Seite als vor allen Dingen aber auch die Polizei und die Ermittler im Vorfeld auf ganzer Linie versagt haben und dass sie in diesem Prozess der Verteidigung einfach eine Steilvorlage nach der nächsten geboten haben. Glaube ich, dass Fred van der Weyer am Nachmittag dieses 16. März 2005 Inge Lotz in ihrem Apartment getötet hat. Ihr wisst, dass ich euch am Ende meiner Videos auch immer meine ganz persönliche Meinung und Einschätzung zu dem sage, was ich euch gerade alles erzählt habe. Und ich gebe zu, nachdem ich die Recherche zu diesem Fall abgeschlossen habe, habe ich so ein sehr stark dazu tendiert, Fred für schuldig zu halten. Und jetzt, nachdem einige Zeit vergangen ist und ich jetzt euch auch das Ganze nochmal erzählt habe, bin ich auch davon überzeugt, dass er sehr wahrscheinlich der Täter gewesen ist. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche, laienhafte Einschätzung dazu. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass ich es durchaus richtig finde, dass er freigesprochen worden ist. Denn wenn ein Mensch wegen Mordes lebenslang hinter Gitter wandern soll, dann sollte die Staatsanwaltschaft seine Schuld auch zweifelsfrei beweisen. Zumindest ist das vor jedem rechtmäßig rechtsstaatlichen Gericht dieser Welt in der Regel so der Fall. Und wenn das nicht bewiesen werden kann, dann darf man ihn eben auch nicht schuldig sprechen. Bei diesem Fall ist wohl schon während den Ermittlungen einiges schiefgelaufen. Mal abgesehen vom Gerichtsprozess an sich. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass kurz nachdem die Polizei zu Inges Apartment gerufen worden ist, sieben Polizisten in dieses kleine Apartment hineingestürmt sind und dort erst einmal sich umgesehen haben. Normalerweise müsste dieser Tatort abgesperrt werden und die Spurensicherung und die Forensik den Vortritt haben, um erst einmal alles zu sichern. Doch ich habe eben gelesen, dass die Spuren nicht von einem Forensikteam innerhalb dieser Wohnung gesichert worden sind, sondern von den Polizisten, die zuerst vor Ort waren. Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass dieses Fingerabdruck-Problem später dann im Gerichtsprozess aufgetaucht ist und wie gesagt eine Vorlage für die Verteidigung war, das Ganze in Zweifel zu ziehen. Natürlich kann es sein, dass die Fingerabdrücke von Fred direkt auf dieser DVD-Hülle hinterlassen worden sind und der Experte der Verteidigung, der behauptet hat, dass sie wahrscheinlich von einem Glas oder von einer Tasse stammen, doch nicht so waren, dass tatsächlich er seine Fingerabdrücke auf der DVD-Hülle hinterlassen hat. Aber das alles spielt am Ende des Tages vor Gericht keine Rolle, wenn es nicht zweifelsfrei durch Experten bestätigt wird. Ganz im Gegenteil, wenn weltberühmte Experten aus den USA im Zeugenstand sitzen, die Zweifel säen und die aufgrund der Inkompetenz der Ermittler und der Staatsanwaltschaft eben ihre ganz eigene These vorbringen, die sie dann auch noch gut untermauern können, dann hat man eben leider keine gute Arbeit geleistet und am Ende steht dann eben ein Freispruch auf dem Programm und kein Schuldspruch. Aber abgesehen von diesen ganzen Fingerabdrücken ist es ja auch noch so, dass es noch andere Verdächtige gab, die, zumindest war das ja ebenfalls die Einschätzung der Verteidigung, von den leitenden Ermittlern nicht genug Aufmerksamkeit bekommen haben. Mal abgesehen von dem 17-jährigen Werner Carlos war es ja wohl offensichtlich auch noch so, dass 20 Arbeiter an diesem Tag auf dem Gelände irgendwo zu Werke gegangen sind, die dann nicht befragt wurden und im Anschluss sich irgendwo in Luft aufgelöst haben und jetzt eben auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt so viele andere Möglichkeiten, wer diese Tat noch begangen haben könnte, dass überall eben Zweifel gestreut werden und das ist in einem Mordprozess äußerst ungünstig. Als Inge gestorben ist, da ist meine Seele mit ihr gestorben. Das ist ein Satz, den Juanita Lotz, Inges Mutter, gesagt hat, einige Monate nach dem Tod ihrer Tochter. Und auch heute, so viele Jahre später, ist nach wie vor niemand für dieses Verbrechen zur Verantwortung gezogen worden. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses sehr langen und ausführlichen Falles angekommen, der wieder mal mehr Fragen aufwirft, als er im Endeffekt Antworten gibt. Trotzdem hat mich dieser Fall wirklich sehr interessiert. Er hat mich natürlich in erster Linie schockiert, so wie alle Fälle, die ich hier mache auf meinem Kanal, aber er hat mich einfach aufgrund dessen, wie er passiert ist und vor allen Dingen auch aufgrund dessen, was sich da vor Gericht abgespielt hat und was am Ende dabei rauskam, sehr interessiert. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt machen. Natürlich interessiert mich aber wie immer eure Einschätzung und Meinung dazu. Was glaubt ihr steckt dahinter? Glaubt ihr, dass Fred schuldig ist, dass er Inge umgebracht hat oder könntet ihr euch vorstellen, dass es noch jemand ganz anderen gibt, der für diese Tat verantwortlich ist? Jemand, der vielleicht bisher überhaupt noch nicht auf dem Schirm der Polizei aufgetaucht ist? Schreibt mir gerne eure Meinung und Einschätzung in die Kommentare. Ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich von heute für euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Das war's gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017